So, Hinterberg ist gerade ab. Da sieht man jetzt mal die Videoleinwand hier im Einsatz. Also man kann da vom Wolkenhimmel über Gutsche Kathedrale bis hin zu irgendwelchen Fokus, die hier geknipft worden sind, während der Reise einblenden. Eine ganz coole Geschichte, je nach Stimmung also dementsprechend ein anderes Outfit und dementsprechend anders sieht auch hier die ganze Passarelle dann aus. Nachdenkliche Ingredientes Ereinwandti анд Und hier 這個 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020